Musik Wie willst du leben? Es trennt der Weizen sich von seiner Spreu, wird Saatgut oder wandelt sich ins Brot. Als Saat keimt er im Frühjahr wieder neu, bringt reiche Frucht, verhindert Hungersnot. Und was geschieht mit abgelebter Spreu? Sie wird in alle Winde jetzt verweht und manches Mal, da dient sie noch als Streu in Stallungen, bevor im Kot sie untergeht. Als Mensch stehst du in der Entscheidungsqual von Tag zu Tag und immer wieder neu. Im Gleichnis ausgesagt hast du die Wahl. Wie willst du leben? Als Weizen oder Spreu? Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch Lasse los, worum geht es eigentlich? Gleichnisgedichte Es ist 2020 bei Bot Books on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bot, Thalia und noch ausführlicher bei Google Books. Eine Auswahl aus ihm präsentiere ich mit Gedichten und Liedern auf diesem Kanal, unter dem gleichnamigen Titel Worum geht es eigentlich? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020